Okay, es ist wieder ein wunderbarer Tag bei Zeit online. Ich zeige mal ganz kurz, was mich hier jeden Tag umgibt. Meine Kollegen rechnen gerade aus, wie die Gausche-Formel ist für die Addition von Zahlen. Und wer sitzt in der Mitte und lenkt das Ganze? Mr. Heskel rund, rund, gufft. Oh, hey! Mich am Arsch. Mal greifen kurz die Aufgabe. Also die Aufgabe, liebe Leser von MarkTV, ist folgende. Bitte erdenken Sie eine möglichst einfache Formel, um die Zahl von 1 bis 100 aufzuaddieren. Ein kleiner Tipp, es gibt da eine Legende, demgemäß Herr Gaus, die rausgefunden hat. Die Frage nun, wie optiert die Formel? Gaus, das ist der, der hat auch diesen Weichzeichnungsfilter erfunden bei Photoshop. Und der war, glaube ich, auf einen 10-Mark-Schein. Ja. So eine schöne Überleitung, MarkTV, 10-Mark-Schein. Super Gerät, 10-Mark-Schein. Ja.